Keita, gut durchgelassen, vielleicht jetzt über rechts, Totti, das 1 zu 0, Francesco Totti, der erste richtig schöne Spielzug der Italiener und wer, wenn nicht er, Il Capitano, wunderschön gemacht, Spielaufbau, Keita lässt durchlaufen und verwertet dann selbst die Hereingabe von rechts. Francesco Totti, hier, mit dem Übersteiger, wartet auf das Zuspiel, das kommt genau auf den Elferpunkt und Totti nach dem Zuspiel von Florenzi